Der DH140 Gartentraktor von Toro bietet Zuverlässigkeit und eine Vielzahl nützlicher Eigenschaften bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Leichter kann einem die Gartenarbeit nicht mehr gemacht werden. Beim DH140 können Sie je nach Ihren Bedürfnissen zwischen den Optionen Recycling und Fangsystem für das Schnittgut wählen. Mit der patentierten Recycler-Technik von Toro wird das Schnittgut ganz fein zerkleinert und dann gleich wieder auf dem Rasen verteilt, wo es für die Nährstoff- und Feuchtigkeitszufuhr nützlich ist. Wenn ein Recycling des Schnittguts nicht angezeigt ist, können Sie mit dem DH140 zur Fang- oder Heckauswurf-Funktion wechseln. Die konterrotierenden Schneidemesser des für den DH140 speziell entworfenen Mähwerks bewirken einen intensiven Luftzug, durch den das Schnittgut aus dem Mähwerk in den Fangkorb befördert wird. Der 250 Liter Fangkorb kann außerdem problemlos vom Fahrersitz aus geleert werden. Eine bequeme und zeitsparende Lösung. Weitere bemerkenswerte Eigenschaften dieses Traktors, wie das hydrostatische Getriebe, die komfortable Fußplattform und das Soft-Schluck-Lenkrad, lassen jedes Gärtnerherz höher schlagen. Wenn Sie einen robusten und dennoch günstigen Gartentraktor für eine problemlose Rasenpflege suchen, dann denken Sie zuerst an Toro, den Markennamen, der für Professionalität in der Gartenpflege steht. Der DH140 von Toro. Wieder ein Grund mehr, auf Toro zu setzen, wenn es um Ihren Garten geht.